Wie deaktiviere ich die automatische Wiedergabe in Twitch? Einige Benutzer möchten möglicherweise nicht, dass Videos automatisch angezeigt werden, wenn sie die Twitch-App öffnen. Twitch hat wie viele soziale Netzwerke die Möglichkeit, Videos automatisch abzuspielen oder dem Benutzer eine Vorschau davon zu zeigen. Einige Benutzer mögen diese Funktion nicht und da sie diese Option in anderen sozialen Netzwerken deaktiviert haben, deaktivieren sie sie gerne auch in Twitch. Melden Sie sich dazu in der Twitch-App an. Klicken Sie auf diese Option und rufen Sie den Einstellungsbereich auf. Klicken Sie auf diese Option, um diese Seite aufzurufen. Klicken Sie auf diesen Abschnitt. Von hier aus können Sie die automatische Video-Wiedergabe auf Twitch anpassen. Sie können diese Option auswählen, um Videos abzuspielen, wenn sie nur mit Wi-Fi verbunden sind. Oder die zweite Option besagt, dass die Videos abgespielt werden, wenn sie mit Wi-Fi oder dem Internet ihres Telefons verbunden sind. Wenn Sie diese Option vollständig deaktivieren möchten, wählen Sie diese aus. Sie können diese Option in Twitch einfach deaktivieren. Danke, wenn dir das Video gefällt und du den Kanal abonnierst, um uns zu unterstützen.